willkommen zurück zu kioschis crafted world erreichen vielleicht das ende der ersten welt kannst du mir 15 grinseblumen geben natürlich ich hab so viele ich kann ja alles geben ich habe ich genau 100 ob das ein zufall ist ich denke nicht du bist etwas größer als die anderen mir geht's glänkend ich gehe auch sofort aus dem weg und hopp relaxer fort okay vielen dank wie hast du denn hierher gefunden also ich bin den weg dann lang gegangen so auf der röchner trauen gewählen verstehe na ja genau ich flog ein kerl mit blauem partnermantel vorbei hat wohl gerade geduscht er aus als hätte er nichts gutes im sinne also immer schön aufpassen das mit dem traum juwelen sollte man besser nicht hinaus posern wir erreichen den boss leute fragezeichen 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 boah das klingt aber nach einem krassen boss ich bin wieder zurück nein natürlich nicht wir stellen uns der aufgabe jetzt habe ich wieder mit meinen stimmen kommen ich habe immer noch keine richtige stimme bei so jungen komik aber ich versuche es okay okay das ist doch so ein stück das brauche ich noch mal die ich schon wieder Ist eines dieser Juwelen wirklich hier gelandet, Kamek? Ja, irgendwo in dieser Gegend. Boah, ey. Bäh, das ist doch Yoshi. Wie kommt der so schnell her? Moment mal, hat der etwas schon in Juwelen gelegt? Äh, äh, ja, habe ich. Ja, guck mal, da hinten ist eins. Pff, was, wo? Da hinten, da, schau. Ich glaube, ihr Flunk hat eure Fieslichkeit. Ja, du lügst doch, du Lügenbeutel. Ich lüge nicht. Ich brauche meine Juwelen jetzt sofort. In der Tat, eure Vertriegseligkeit. Und aus dir mache ich Vogelfutter, du kleine Kröte. Oh, no. Was? Es leckt. Dosen-Kondor. Wenn er dann hätte ich es gewohnt, hätte ich ihn als Outfit genommen. Naja, egal. Nomm. Was müssen wir machen? Magnet. Ach so, auf ihn drauf, schätze ich mal, oder? Genau. Ach so. Ach so. Und dann, äh. Oh, ho, ho, ho. Oh, das tut mir so leid. Brauchen wir irgendwas hier? Nee, ich glaube, das ist einfach nur Überlebung. Okay. Okay. Das kann ich gut kochen. Ich habe die Katze genommen mit dem pinken Yoshi, weil es sieht so cool aus irgendwie. Also nicht. Oh Gott. Oh Gott. Nein, 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 nein. Gib mir Magneten. Ich brauche nicht mal genießen. Okay, jetzt kackt erstmal ein wenig. Ja. Komm, kack halt genug. Sind endlich beim ersten Teil des Spiels. Erst jetzt, beim ersten Boss nach sieben Folgen. Das ist jetzt sein. Oh Gott. Oh Gott. Nein. Nein, 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 nein. Nein, nein. Komm runter. Ehh. Oh, nein, nein, nein. Das muss weh tun. Bäm. Wir haben 100 Leben. Wir können ihn abschießen, wenn wir wollen. Aber was wird uns das nützen? Ehh. Na, hast du sogar daneben. Nein, nämlich kriegst du nicht. Easy, easy, easy. Komm, kack halt, schneller. Wow, was hast du denn hier? Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. ok aber mit magneten und magneten ich wollte nicht wieder ausspucken was amt let's go let's go let's go das war's das war's wir haben ihn ui das war ganz cool aus cool okay also ich habe den ersten von daher noch nicht was ich noch nicht uns auf geht doch traumjuwel erhalten hier eins von fünf haben wir für sich jetzt besser für sich genauso scheiße verdammt ich dachte mir etwas geschafft naja wir haben ja was geschafft 1 und 5 teilen ja so lange geht das spiel fünf mal sieben folgen wird schon eine menge und ab zur zweiten welt aber vorher habe ich erstmal mit dem hier wie geht's dir so einfach phänomenal wie clever die magnete zu nutzen viel glück bei der suche nach den anderen traumjuwelen dankeschön reiner anderen dann noch kein kann aber wir haben dafür jetzt keine zeit wir müssen nämlich die anderen finden duden konter den wir jetzt anziehen das was ist los joshiba das was ist los du sollst du auch wählen ja ich glaube schon ich bin bald hauser ich weiß alles was es zu wissen gibt könnte sich lohnen einen blick hier aufzuwerfen die traumjuwelen die du suchst sind hier hier und hier geflogen ich sag's ja ich weiß alles in welcher reihenfolge du sie suchst liegt bei dir du machst doch schon sprach zu legen das ist echt hilfreich dankeschön drei in einer welt hallo wir kommen in den origami gärten weiter vorne muss man sich entscheiden welchen weg man geben will blumenwiese wäre das nächste ich will kurz die karte anschauen seht ihr das wir haben diese welt dann können wir uns entscheiden nach unten ich bin mir da ehrlich nicht sicher ganz ehrlich würde ich aber in der mitte geht es weiter wir werden auf jeden fall am ende haben wir vier stück dann wird dann wahrscheinlich dritte welt sein mit dem bauser kampf egal blumenwiese ist das nächste level wo wir mal wieder 100 prozent alles sammeln müssen was ein spaß wird schon fast zehn minuten der das ist krass ja ich könnte jetzt nicht genau die katze zeigen aber ich denke das ist nicht so schlimm ui sind hier verkleidet orange juice das sieht so schön aus ich will das nicht ich will euch nicht aufwissen also doch will ich schon ich will euch nicht kaputt machen das sieht so schön aus so wo könnte sich die erste blume finden wo steckt sie sich ja da ist so ein fragezeichen fliegelding das reicht nicht von hier wo ist das denn hier hey oh das ist ein mundi ein mundi was zum teufel treffens jetzt oh mein gott das regt mich jetzt richtig auf komm her nice ist das erste yes ich finde das spiel einfach immer wieder so cute und so toll und you komm her du okay äh hi ich habe verdammte kacke das gibt es nicht ja ich habe meine eier nein was mich ich bin meine eier danke soll hier bin ich hoch weil hier oben gibt es was ach herzen okay die brauche ich nämlich weil ich 100 prozent die man sehen kann weil das sind jetzt mehr als 100 und da sind immer noch 100 münzen warum wenn man das dann immer noch da steht was ist das jetzt hier ich meine wie soll ich jetzt nach oben kommen da von hier ja wow was oh das dreht sich ja mit wusste ich nicht okay das kannst du nicht gewesen sein hier muss doch was geben oder ich weiß es nicht ach oh es ist wichtig alle zu killen weil wir geben mir immer münzen und am ende hier fehlt mir sonst noch eine rote münze irgendwo okay aber auch auf den hintergrund achten und nicht erst irgendwo ein geschenk ist jetzt sage ich das gerade schon mal vor irgendwo schon ein geschenk ich habe gerade noch so gesehen zack zweite nice okay das aber ein trailer gesehen diesen ort den kenne ich den kennen wir denke ich mal alle hier kann man nämlich rein in die fläche hier kommst du wieder raus okay gut ich habe mir sonst morgen gemacht was wenn ich dann nie wieder raus gekommen wäre das wäre das ende gewesen die monty sie prügelt sich selber ich komme ich habe mit ihr komm ja sonst noch irgendwas hier genommen ne scheint nicht so soll man auch wieder auf den hintergrund achten oder vordergrund wenn du sagst wann bist du denn hier das ding war vorher war nicht hier oder wo ich das jetzt übersehen ne ich dachte mir so ja flächen zum herzen drei rote münzen hätte ich die übersehen da hätte ich mich tot geärgert dankeschön aber tut mir weh ne das will ich nicht die dritte wir haben nichts verpasst zack zu warten aber das hauskammer der hinderung abschließend mache ich vielleicht doch so geht her zack 5 Münzen alles klar ok auch ne herzen ok ach die dinge geben ja die dinge haben mir münzen gegeben cool oh nein nicht so was wieder ok komm einfach machen dich 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 ja ich hatte angst wir haben alles bisher nein ich will die genie kaputt das haben wir schon mal drei blumen fehlen uns noch noch sehr viele rote münzen das kann ich das ist nicht gut so gut soll ich die ignorieren ich würde sie gar nicht lassen aber dich nicht so sieht wie eine rote münze bestimmt das bestimmte münze 10 haben wir jetzt alles na ja alles klar schöne gesicht hat das gesehen die münzen haben so einen smiley da gelassen kommt mit zweifel mal da gibt es nicht mal weil ich schon genug sind glaube ich na egal noch so ein mini spiel und nein ich muss den großen glaube ich nur erwischen was zum teufel was erlebt doch ich habe ihn getroffen ich war voll verwirrt die waren so richtig schnell die kamen fast nie raus ach komm das ist doch so nicht jetzt meine ich wieder ach komm ich hasse diese aufgaben warum warum macht man so was es ist nicht okay ich hab schon wieder keinen spaß an dem spiel wenn mir so ein blitzel ankommt dann hat doch niemand bock drauf gibt mir einfach alles dann kann ich verschwinden ich wollte schon sagen das level ist voll cool ja bist du die einzige aufgabe die richtig blöd ist meine idee ist cool aber die kommen halt nie raus und das ist dumm gemacht die haben noch was übersehen ist nicht dein ernst ne ich könnte so kotzen gerade ganz ehrlich was ist das wieso ist das ja wo soll ich hier war doch das ding ja hier war es war schon vorher vor der quest komm ich wir machen das nachher nach dem level ich bin dann verzweifeln ich kann nicht mehr reden wir machen es so wie immer erst mal alle level anschauen und dann machen wir alle quest das machen wir ab jetzt immer das habe ich mich jetzt so entschieden dann machen wir es so gut ich brauche nämlich beim es ist auch zeiten hier sieht nicht so aus wo sind die roten wo sind die roten wenn die roten ja natürlich letzten sind die roten egal okay damit zumindest die roten bekommen zumindest irgendwas bekommen ja dass die roten und kino sind paar habe ich mir noch zwei worte sind wahrscheinlich die die bei den zwei blumen verkackt habe richtig und richtig erinnern ja ja gar nicht ärgerlich kann man nicht ändern dann darf ich jetzt wieder zehn jahre lang suchen nach denen und die folge wird mir viel zu lange viel zu viele dateien ist das nicht schön das ist schön so ich hoffe wir werden diese folge noch die welt und kommt an schon damit meine ich dieses level noch machen online ein match bis es ist nicht so ein riesen level hier habe ich nur gespannt was das sein wird das gibt es jetzt wirklich nicht hier im hintergrund konnte man den abschließend für eine rote münze und die habe ich noch nicht weil jetzt habe ich 19 gott ich hätte mal die letzte wird dann entweder bei blume sein oder auch im hintergrund ich schon mal weiter erinnert euch noch an diese blume hier wie sie hier ein stampfen oder als warten bis sie nach unten geht ich wusste gar nicht dass die nach unten geht war aber auch die einzige die gar nichts gemacht hat dachte ich mir so dass man irgendwie komisch natürlich ist komisch denn hier haben wir diese blume also wir hatten wirklich noch eine verpasst werden so oder so nicht alles gehabt mir fehlt trotzdem rot-red-coin und ich habe die angst dass ich die nicht finden werde sonst immer an dieser stelle ok noch mal versuchen nein verdammt so 1 2 noch der riese noch der riese es geht nur noch um den riesen kommen bald ich einfach einfach das ganze sparen die attacke ok 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 wie fehlt immer noch eine red coin wo können die nur sein und irgendwie kann ich dass ich das nicht gesehen habe sehr nahmen er am anfang des levels ist ja einfach nur geschenk box ich habe hier sogar erst erstes check pot irgendwo im moment ich will noch was nachgucken ja sie dir ungefähr wo ich bin hier schon die erste blumen aber hier hier sind wir dass das ist echt peinlich dass das tut mir leid ich war glaube ich zu fasziniert wie schön dass alles aussieht dass ich vergessen habe dass da noch so was gibt ich bin noch das level und dann sehen wir uns gleich auf der world map wieder so jetzt wo wir hier ein die alles haben denke ich mal wenn ich mein outfit kurz zu wenig ändern wir wollen ja aussehen wie ein gegner und zu den anderen gehören deshalb ist dem jetzt kein mauser und machen weiter mit monty maulwurf marathon match was auch mal das jetzt wird ich hoffe es wird cool cool hast du kaputt ganz lustig wenn ich dann nicht oh nein es ist doch riesen online bitte nicht monty maulwurf marathon match besiege viele monty maulwürfe ok super 75 monty's muss ich besiegen dann mal los einen haben wir schnell nein 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 ich will ich auch sagen weil ich habe keine verdammt gibt es die rote münzen ach so ich muss drauf stehen bleiben es war noch nicht meins wert und gott ok ich muss jeden einzelnen klingel glaube ich sonst wird das nichts die herzen gibt ja nice ich brauche schnell dankeschön was ist mit dir nein 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 verdammte kacke das ist doch so klein gewinnen ja die zweite ich wusste ich schon von anfang an dass ich nochmal neu machen darf ich hoffe nur ich werde es nicht so auch noch mal neu machen müssen nein webstar du auch du Bitte reicht das? Ja, das geht, das geht. Okay. Gut, gut. Schnell, 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 lauten. Habe ich dich? Habe ich dich. Gut. Ich glaube, die Monty-Challenge könnte ich gerade noch so schaffen. Wenn ich Glück habe. Was soll ich mal von unten? Verdammt. Schnell. Das ist eine alles rote. Gott. Komm her. Schnell. Numpf. Numpf. Nichts. Unten. Ich muss nach unten. Ich muss nach unten. Na. Wo bin ich? Verdammt. Ach komm, das ist doch so unfair. Das ist so unfair. Ach komm. Nein. Ich habe schon gar keine Lust mehr. Super. Im Hintergrund ist noch ein Geschenk. Habe ich das gesehen? Ach komm. Was soll das? Ich war lage so gut. Und dann auch einmal. Nö. Gar nichts. Oh, Leute. Schlecht. Easy. Geil. Wenn man einmal stirbt, da kann es eigentlich komplett noch mal neu von vorne anfangen. Nötig. Ich nehme mich rein, gar nicht mehr irgendwas zu machen. Ja, ich freue mich gar nicht mehr versuchen, oder? Kannst du nochmal... Ja, ich habe ihr keine Eier mehr. Das sind alles gute. Egal, da kann ich schon mindestens... Die Wünschen mitnehmen. Klar. Kommt ich mir runter. Ja, aber nicht so runter. Oh, Mann. Jetzt haben wir noch nie mal irgendwas. So, jetzt habe ich mich auf gar keinen Fall treffen lassen, sonst raste ich noch mehr aus. Jetzt gebe ich mir die Herzen. Ich brauche mich treffen lassen hier. Ich brauche nämlich alle Herzen am Ende noch. No, du... Das ist mir verhalten, Mann. Ich treffe ihn doch. Dieses Ziel in diesem Spiel ist auch so kacke. Seht ihr das? Das ist so kacke. Warum kann man nicht entscheiden? Ja, ich will nur in den Hintergrund schießen. Nicht beides. Ich will nur Hintergrund. Das checkt das Spiel nicht. Ich brauche die alle. Ja, ja. Ich brauche ganz schnell welche. Oh, Gott. Ja. Ach, super. Oh, super. Dieses Hintergrund schießen. Es klappt einfach überhaupt nicht. Was? Ich habe fast alle rote? Mir fehlt nur noch eine rote. Ich hätte sogar alle rote bekommen. Dieses Level ist so abnormal. Kacke. Ich hasse Match Level. Ich hasse sie so sehr. Warum muss ich hier leiden? Warum existieren die? Na, zumindest habe ich die meisten. Immerhin habe ich nicht komplett verkackt. Seht ihr? Ich habe zumindest fast alles. Diesmal schneidet ihr aber die Versuche nicht raus. Ich denke, ich zeige es ihr euch. So, aber auf jeden Fall brauche ich ein Kostüm. So, das machen wir nachher hier. Ich brauche ein Kostüm. Ich brauche ganz schnell ein Kostüm. Irgendwas Unauffallendes. Irgendwas Kurzes vielleicht. Weiß ich nicht. Hier ein rosa Waggon. Keine Ahnung. Beeilten wir uns einfach. Wie findet ihr eigentlich diese Level? Seid ihr da richtige Pros zu tun? Und ich sehe gerade, warum ist das so ein richtiger Nude? Das ist doch mega easy. Oder wie seid ihr zu diesen Leveln? Ich kratze mal unten rein. Yoshi! Eine Lume kann ich noch bekommen. Come on. Eins. Plus eins. Plus zwei. Hier nichts machen. Egal, das ist hier trotzdem noch als Kill für ihn. Gegen ihn. Okay, nice. Ich habe bisher alle. Es fehlt nur noch. Einer als Gerätcon fehlt mir. Nur. Die Leben hatte ich auch nicht, ne? Ach, war klar. Ich hätte die Leben auch nicht. Super geil. Schnell. Nein, 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 nein. Yes. Warten. Warten. Da muss man immer warten. Das ist ganz wichtig, dass man da wartet. Da mache ich nicht mit. Ich kriege wieder so einen Hals, wenn ich solche Momente habe. Okay. So, bitte kann es... ...kann der Anfang etwas schneller vorbeigehen. Den Anfang haben wir schon. Zehntausendmal gemacht. Komm schon, beeilen wir uns. Schau, wie schnell ich bin. Keine Zeit zu verlieren. Keine Zeit zu verlieren. Man kann ja die Luft irgendwie... ...die Dings abbrechen. Sieht ihr das? Das finde ich auch schon die ganze Zeit gekommen. Bam. So, du bist schon mal down. Dem muss ich mir keine Sorgen machen. So, den mitnehmen. Dann hier hochfliegen. Ganz easy. Trotzdem verkacken. Wie so ein Kacknut. Ist ja klar. So ein paar Münzen hier mitnehmen. Die Blume gäbe es hier. Im Hintergrund den Spacko. Im anderen Spacko. Im anderen Hintergrund. Der jetzt da ist. Verdammt, lass mich in Ruhe. Der ist nice. Dem nehmen wir mit. Hier im Hintergrund ist noch einer. Schnell abschießen. Ich freue mich. Wegtarmt. So, ein nach unten. Zack. Zack. Sonst ist hier glaube ich nichts. Wie viel haben wir jetzt? Okay. Wir sind jetzt bei ungefähr bei der dritten Blume, denke ich mal, oder? No. Okay, alles klar. What? Da oben. Okay. Weil die brauche ich jetzt nicht. Ich sehe eh schon, dass es rote waren. Hier habe ich nämlich schon. Sieht man ja. Okay, warte. Aufpassen. Jetzt. Nice. Ja, oder so. Ist egal, wie man die killt. Es geht nur darum, dass man die killt. Wow. Hier bin ich verstorben. Wegen dem blöd Mann. So, das wird schwer. Und verkackt. Ja. Der will ja nicht mehr rauskommen. Ich weiß nicht, ob das jetzt ganz verkackt heißt. Na ja, jetzt auf jeden Fall. Ball, 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 ball. Nein, nicht kaputt machen. Du sollst ihn. Auf nomsen. Oh, ich kann mal. Nein, 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 nein. Wow. Ich habe alle roten. Nee. Nicht? Das geschieht wohl nicht für eine rote Münze. Oder war es jetzt einfach nur, weil ich zu spät war? Bitte sag mir nicht. Das war, weil ich zu spät war dabei. Okay, hier war sie. Ich habe keine Eier mehr. Ich habe keine Eier mehr. Ich kann ihn nicht killen. Das gibt es nicht. Aber da unten. Habe ich die zumindest. Wie viel welche ist es? Okay. Super. Episch. Nice. Nein, ich wollte ich aufnommen sehen. Komm her. Komm raus. Herzen, Herzen. Nice. Nice. Okay, die Monty Crest werde ich wahrscheinlich nochmal neu machen müssen. Weil die immer so kacke ist und ich sehe mal wieder verkackte. Nein. Okay. So, ich muss mich nicht mehr um Münzen kümmern. Die Münzen sind kackegeist. Es geht darum, dass ich Monty's aufnommense, damit ich genug Eier habe. Ich brauche Eier. Na, verdammt. Natürlich nicht. Na, ich kriege den hinteren nicht. Ich werde verwischt ihn nie. Nice. Das war... Was? Wo ist mein Kostüm hin? Warum war das jetzt... Warum ist das jetzt weggegangen? Das macht keinen Sinn. Nein, mir fehlen nur noch sechs. Mir fehlen nur noch sechs. Vier. Drei. Zwei. So knapp. Zwei. Oh, ärgerlich. Egal. Das mache ich jetzt auf Screen. Ich würde sogar sagen, ich ende hier die Folge. Ja. Ihr wisst ja, wie es geht. Ich habe mich wieder kacke angestellt. Mir fehlt eine Blume. Wo war denn die letzte Blume? Oh nein. Soll ich das auch noch reinschneiden? Ja, dann schneide ich das mal eben rein. Wir sehen uns dann. Ach, keine Ahnung. Okay, ich habe jetzt schon genug Punkte. Ich habe bisher nur einen Riesen verpasst und sonst habe ich alles, denke ich. Und ja, die Riesen geben mehr Punkte, habe ich gemerkt. Und wenn man sich wirklich nur auf die Montima-Würfe konzentriert, dann ist es auch gar nicht so schwer. Einfacher als den Robo-Yoshi zu steuern. Und ja, die letzte Blume gehört dazu. Also ich habe nichts verpasst am Ende. Okay. Damit haben wir das Level auch abgeschlossen. Werden wir in der nächsten Folge diese ganze Welt mit den Quests machen, mit den Hundewelten. Und dann werden wir uns entscheiden. Geht es ab in die Mitte? Geht es ab nach oben oder geht es ab nach unten? Wüste? Oder Schokocreme? Was auch immer, was das ist. Ja. Da sehen wir in der nächsten Folge. Da habe ich mir so gedacht. Ja, und dann werden wir auch in der nächsten Folge direkt anfangen. Hier ein bisschen drehen. An diesem Kaukehör-Tomaten. Ne, egal. Haut rein, Leute. Schönen Tag noch. Und tschau. Schönen späten Ostern. Also immer halt tschau.